Wir waren ja bei diesem Level angekommen. Das machen wir jetzt mal mit dem... Ach, da fällt nur sie. Ich dachte, das wäre mal Sinn. Guck, Frauen fallen viel besser hier runter. Auf jeden Fall sie. Guck, 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 guck. Sie ist viel schneller, sie muss noch kurz die Beine strecken. Sie ist einfach viel beweglicher, dieser Pogoman. Und hier, zieh dich da lang. Nein, 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 nein! Gut. Das hier. Na okay, wir versuchen jetzt auch mal das mit einem Stern. Dich, Opa. Opa, Gott. Mit Fried. Das ist zu fies. Gibt es hier auch ein Ziel? Nein, oder? Das hier. Wie kann man den nochmal abwerfen? Ach, du hast den schon abgeworfen. Hier. Level work. Yo. Komm, komm, komm. Fahr, fahr, fahr. Los! Nein, 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 mach. Komm, jetzt fahr. Oh, du brauchst deine Arme, du Idiot. Guck mal, du hast was im Arsch. Du sollst mal besser aufpassen. Vater, Papi, Daddy. Timmy. Timmy's Dad noch besser. Och, jetzt. Komm jetzt. Los. Das war aber nett. 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 Einfach immer mal Leute killen. Ist überhaupt irgendwas böses auf der Welt? Außer jetzt. Er. Ja. Wie gesagt, ich vielleicht auch. So, ich musste grad mal was. Von meinem Schreibtisch runter tun. Komm hier. Gut. Immer diese doofen Ecken, ne? Brauchst dich gar nicht mal so lang zu machen. Komm, fahr. Kannst du kein Fahrrad fahren? Ach, da kann man einfach drüber rollen. Ein bisschen Ansprung. Ja, eben hab ich's doch geschafft. Boah, jetzt fahr doch, du kleiner Bastard. Jetzt fahr. Ja. Ja, komm. Komm. Du sollst nicht runterrollen. Du sollst hochfahren. Du sollst... Du sollst Timmy nicht... Was? Nein, das ist... Nein, das ist jetzt. Du sollst hochfahren und dir keinen runterholen. Jetzt hab ich's doch gesagt. Egal. Taxi. Boah, das ist ein geiles Taxi. Also mit dem werd ich fahren. Sagt irgendwer, dass ich hier nebenan kommen soll? Ja, ich bin tot! Auf zwei Laufzeit. Oh Gott... Auf zwei Laufzeit. Auf zwei Laufzeit! Nochmal. Wie ist das? Wieso hast du jetzt den Kopf gebrochen? Sag es mir! Jetzt fahr. Set! Hör auf dir dauernd den Kopf zu brechen. Du brauchst dir dafür nicht ab. Viel zu doof für dieses Level. Ob es machbar ist. Set. Okay, so schwer war das nicht. Ich mach nur die mit drei Sternen. Stickel. Ich bin Stickel. Schön mal über Namen lustig machen. Was war daran so schwer? Ja. Oh ja, mir selber mal fünf Sterne geben. Ja, immer das Beste. Ja, 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 ja. Happy World's First Day. Ich nehm meinen Opa. Okay, okay, okay. Mann, ich will nicht gekillt werden. Du lebst doch. Du lebst doch. Du lebst doch. Guck mal. Kannst nicht da doch. Okay, jetzt bist du tot. Ja, du lebst. Ja, du lebst nicht. Ja, du lebst nicht. Du lebst. Ja, Opa. Du scheiße. Du lebst auch. Du lässt dich doch von Kleinigkeiten nicht aufregen. Was hier noch? Hier. Drei Sterne. Über drei Sterne. Gerade spielen wir erstmal mit ihm. Komm, ich will es mit dem Charakter schaffen. Charakter. Das war aber nicht nett. Wie geil? Nein. Wäre auch zu schön gewesen. Wie ist das? Komm, ich will das jetzt mit diesem Charakter schaffen. Nein, ne? Nochmal. Nochmal. Gut, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und dann beim keinen Bock mehr haben sage ich auch mal tschüss. talking in der anderen Seite. Nichts. Ich bin nicht morgens. Ich bin meine Mutter von Glückwunsch. Vielen Dank.